Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Glemmbaustein-Lyrik und heute wird sportlich. Aufmerksame Zuschauer haben wahrscheinlich schon in den letzten Tagen mitbekommen, dass schon ein paar Bilder davon geleakt wurden, nämlich vom guten Old Travord Manchester United. Das Stadion der Mannschaft wird jetzt schon in wenigen Tagen, nämlich am 16. Januar 2020, zumindest für die, die sich vorangemeldet haben, sprich also VIPs, also die Punkte sammeln, dann erhältlich sein und ab Anfang Februar dann können es alle kaufen. Und das Ganze mit fast 4000 Teilen versehen, 3898, da denkt man natürlich, das muss ja groß sein, aber das kann ich schon mal vorhersagen, beziehungsweise da kann man ein bisschen Entwarnung geben, Wer jetzt überlegt, Mensch, muss ich jetzt hier meinen Supersternzerstörer oder Sternzerstörer irgendwie wegräumen? Das sind andere Dimensionen. Also bei 4000 Teilen hatte ich auch eher fast an Meter gedacht. Nee, es sind dann doch nur 47 Zentimeter Länge, 39 Zentimeter Breite und 18 Zentimeter Höhe. Wir sehen es gleich auch nochmal im Vergleich zu Menschen, wie groß die Stadion wirklich ist. Daraus kann man also schließen, das, was wir hier vor allem sehen, sind viele kleine Teile. Und leider, was wir auch gleich sehen werden, Aufkleber, Aufkleber, Aufkleber. Ja, wenn wir jetzt erstmal schon bei den Rahmendaten sind, sei noch erwähnt, das Ganze kostet 269,99 und ist zumindest erstmal bei Lego erhältlich, wann es und wie es dann in den freien Verkauf kommt, oder zumindest in den Fanshop von United Manchester United, wird man sehen. Aber die Details sind schon geil. Und das gucken wir uns jetzt hier mal an. Nee, das ist nicht das Modell. Das ist das Original noch, so wie es, ja, wie man sieht, hier nicht in der schönsten Ecke von Manchester steht. Und wir sehen aber auch dieses Stadion, das immerhin eine Geschichte von 110 Jahren hat. In der Zeit hat sich natürlich auch viel verändert. Da ist viel, was wir gleich beim Modell wiedersehen werden. Wir gucken hier schon mal zum Beispiel auf diese Fensterfront. Da ist die Verwaltung hinter. Wir sehen hier eine Statue mit drei Spielern. Gucken wir uns gleich auch noch mal beim Lego-Modell an. Wird es dort auch geben. Eine Statue steht hier. Auch die haben wir beim Lego-Modell. Und auch noch andere Details, die wir jetzt auf diesem Bild nicht sehen, weil das hier nur die Osttribüne ist. Aber das Stadion übrigens fasst so um die 75.000 Leute. Sitzplätze, alles Sitzplätze. Also das ist wirklich groß. Als Wembley umgebaut wurde, war das mehr oder weniger das Hauptstadion mal für kurze Zeit in England. Und natürlich keine Minifiguren dabei. Die würden auch bei der Größe überhaupt nicht passen. Nicht mal Mikrofiguren oder Nanofiguren oder sonst was. Also wer da drauf gehofft hatte, nee, davon wird hier nichts leider zu finden sein. Ich könnte mir gut vorstellen, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie diese Chance nicht nutzen. Dass sie irgendwann auch mal Minifiguren rausbringen mit den Spielern. Aber na gut, das muss dann auch der geneigte Fan von Manchester United für sich sehen. Nicht zu verwechseln übrigens mit Manchester City, der Stadtrivale. Ja gut, das war gerade vorhin übrigens die Vorderseite der Packung. Hier sehen wir die Rückseite. Und wir sehen hier auch schon, wir können das Stadion auseinandernehmen. Die einzelnen Seiten abnehmen und das Spielfeld dann für sich nehmen, wofür auch immer das sinnvoll sein soll. Natürlich, die Seiten abnehmen, das macht Sinn, weil dann kann man noch ein paar mehr Details erkennen, die wir hier oben schon so ein bisschen ahnen. Und davon werden wir gleich noch mal viele, viele weitere Bilder uns angucken. So, wir fangen mal an mit den Innereien. Hier sehen wir die Nordtribüne, die seit 2011 übrigens Sir Alec Ferguson's Stand heißt. Das hat man zu seinem 25-jährigen Dienstjubiläum gemacht. Der hat auch noch eine Statue bekommen. Ich glaube, die werden wir gleich auch noch sehen. Und hier sehen wir schon, wie diese Ränge, hier sind es übrigens drei Ränge auf der Seite, wo man hier sieht, wie da die Sitze gemacht sind. Da erkennt man es. Und ich glaube, das sind wahrscheinlich, ja, da muss man gucken, ob das Drucke sind oder Fliesen. Hier bei dieser Computergrafik kann man es natürlich noch nicht sehen, aber wir werden nachher sehen, da sind zumindest auch Drucke dabei. Also, das ist zumindest spannend hier gemacht, wie diese einzelnen Hoppel, hätte ich beinahe gesagt, die einzelnen Plätze dargestellt sind. Wir werden mal sehen, wie das nachher im Bau wirklich dann ist. Wir sehen auch dieses markante Dach hier eben nochmal und eben die drei Ebenen. Auch ganz interessant hier zu sehen, wir haben auch ein Tor hier. Also, ein sehr kleines natürlich, aber es ist dort. Und es sind auch viele von den Aufklebern, Schrägstrich, Bedruckungen da, die im echten Stadion sind. Also, dieses hier Sir Alex mit 26 Jahren und die Impossible Dream, all das steht dort auch tatsächlich. Da steht natürlich nicht in Stein gemeißelt, dass Manchester United immer 3 zu 0 gegen irgendjemanden führt. Aber hier ist auf jeden Fall, das ist wahrscheinlich auch irgendeine Anspielung, 6 zu 12 oder sowas, 6. Minute, 12 Sekunden, die kann ich jetzt nicht einsortieren. Da kann vielleicht mal in die Kommentare jemand schreiben, der noch größerer Fan ist als ich von Manchester United, um nicht zu sagen, ich bin kein Fan von Manchester United, finde das Stadion immer trotzdem geil. Aber gut, wir gucken mal ein bisschen weiter. Hier sehen wir das Stadion nochmal komplett von oben. Und jetzt merkt man auch tatsächlich, es ist nicht riesig eben. Diese Dreierstatue hier ist einzeln. Wie gesagt, sehen wir uns gleich nochmal an. Der Bus, den finde ich auch ganz süß. Hier auch mit dieser durchsichtigen Teilen, der Abdeckung oben, der Dächer, eigentlich schön geworden. Und hier unten sehen wir zum Beispiel auch diese Munich-Glock, die Uhr. Wobei es rund um das Stadion und hier auch in dem Modell einige Erinnerungen auch an das große Unglück vom 6. Februar 1958 in München gibt, als nämlich acht Spieler von Manchester United bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sind. Und eins davon dieser Erinnerungsstücke, wie gesagt, ist diese Uhr, die in Wirklichkeit dann nicht nur die Uhr zeigt, so wie hier, schade, dass man es dann, wenn es schon Druck ist, dann nicht da auch noch drauf gedruckt hat. Da steht nämlich eigentlich oben noch drüber, February 6th 1958 und unten steht da Munich. Ja, also das ist hier nicht. Ich weiß nicht, ob jetzt doch tatsächlich diese Uhrzeit hier, das ist ja immerhin auch eine 6, 12, ob das mit der 6 auch irgendwie dran erinnern soll. Ja, vielleicht ist auch nur ein Zufall in diesem Fall. Ja, hier sehen wir das gesamte Spielfeld und auch da erkennen wir schon, ja, ist nicht groß. Also hier, das sind ein paar Noppen eigentlich nur, die sich hier rein verirrt haben, wenn wir hier auch die einzelnen Pins mal damit vergleichen. Ich hoffe, dass das hier, und da gehe ich jetzt mal aus, doch zumindest Gedrucke sind, die da drauf sind. Und auch dies hier hoffe ich jetzt nicht, dass man sich da wie wild einklebt, aber es ist nichts, wo man jetzt wirklich sein eigenes Spielchen drauf machen könnte. Hier sehen wir jetzt, wie gesagt, diese Osttribüne, die ausgerüstet ist, zum einen eben mit dieser Glasfront, wie sie auch im echten Leben, hätte ich beinahe gesagt, ist. Und einmal auch hier mit der Statue von Sir Matt Busby oder Busby, Busby. Und hier vorne, die sind dann einzeln, aber dafür auch mit Bedruckung davor zumindest, oder zumindest mit dem Schild. Das sind nämlich die United Trinity, also drei besondere Spieler, nämlich George Best, Dennis Law und Bobby Charlton. Den letzten habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Also, ja, den können wir also da, der steht auch, die stehen, wie wir da sahen, auch schon auf dem Vorplatz. Also, das sieht man hier auch nochmal. Ja, dann haben wir hier Stratford End, also die einzelnen Seiten. Auch hier wieder, da sehen wir in der Erinnerung hier, 6. Februar 1958. Also, ich sage ja, es gibt mehrere Sachen, die daran erinnern. So, jetzt gucken wir hier einmal rundherum. Und da sehen wir auch die Uhr wieder. Also, das sind immerhin einige Details. Ich weiß nicht, ob drinnen noch so ein paar sind. Schön finde ich eigentlich auch diesen Bus, diesen kleinen hier. Ich vermute mal, das ist der Mannschaftsbus, der da sich darstellt. Hier sehen wir jetzt nochmal die Sicht von vorne. Also, nö. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Stadion. Wirklich auch den Charakter, soweit ich es denn, ich habe es selber noch nicht live erlebt. Wir haben schon viele Stadien in unserem Leben gesehen. Aber tatsächlich, Manchester United fehlt noch auf unserer Liste. Und wenn ich wir rede, sage ich übrigens noch schon mal dazu, und deswegen ist auch meine Frau ganz aus dem Häuschen, dass es das jetzt geben wird, der Fußballfan bei uns in der Familie, das ist meine Frau. Das heißt, vielleicht könnte es sein, dass sie das Review dann macht. Also, hier sehen wir auch nochmal den Bus. Das, dank ihr, habe ich auch tatsächlich schon sehr, sehr viele Stadien gesehen. Auch schon so einige Führungen mitgemacht. Und, ja, man wird davon angesteckt. Hier sehen wir nochmal die United Trinity. Und hier, das ist, glaube ich, jetzt auch ein echtes Foto. Und da sehen wir, das sieht aber sehr nach Aufkleber hier leider aus. Schade. Wie das ganze Modell übrigens auch, finde ich, einen gewissen Hang hat, hätte auch eine Architecture-Serie, glaube ich, erscheinen können. Es ist erschienen bei Creator Expert. Ja, die Übergänge sind da fließend. Siehste, da ist jetzt auch die Statue von Sir Alec Ferguson selber. Den haben wir nämlich hier auch. Der steht natürlich bei seiner Seite und seiner Tribüne. Alles andere wäre ja auch sinnlos gewesen. Wir gucken uns so ein paar Lifestyle-Bilder hier noch an, während ich das hier mal weiter durchklicke und schon mal so ein bisschen was dazu sage. Also, natürlich, Teilepreis zu dem, was das Ganze kostet, ist eigentlich ganz okay. Knapp 4.000 Teile für 260, 270 Euro. Allerdings, ich sage ja, also von der Masse her, viele Teile, aber kleine. Sehr viele kleine müssen das sein. Weil das Modell ist zwar schön detailliert, aber das sind hier so Zweierfliesen und so. Und davon scheint das hier eine Menge zu sein. Und so scheint hier, glaube ich, auch das, obwohl das könnten auch, nee, ich glaube, das sind hier diese geriffelten Teile, wie sie aus der Technik-Serie kommen, würde ich mal sagen, oder? Nur in Rot. Ja, also interessant gebaut auf jeden Fall, dass man diese Sitz-Idee tatsächlich ganz hinbekommt, auch mit der Absperrung dazu. Hier ist der Spielertunnel, würde ich jetzt mal sagen. Also zumindest ein Ausgang, der hier ist. Aber auch sieht werden hier nur mit so einem Winkelelement dargestellt. Das ist nicht riesig. Aber, und auch hier, da, das sind Aufkleber. Da sehen wir es eindeutig. Da ist geknibbelt. Das ist leider alles beklebt. Schade. Also, das finde ich dann wieder bedauerlich. Ja, ich will die alte Diskussion nicht immer wieder aufrütteln hier. Aber bei so einem Fan-Modell, finde ich, ja, es sind natürlich auch viele Sachen. Aber dann hätte man zumindest einiges vielleicht. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwas, was bedruckt ist. Aber das ist alles hier, sehen wir es da. Ja, das ist alles beklebt. Und damit, ja, auch ein bisschen was, was man machen muss. Da ist leider nichts, ja, ich sehe da gar nichts Bedrucktes jetzt gerade, wenn man das mal so ein bisschen hier durchgeht. Ansonsten ist es cool. Also, es ist wirklich nicht nur so ein 0815-Stadion. Da gibt es natürlich auch viel Diskussion und gab es schon drüber, als die ersten Bilder jetzt erschienen. Hätte man nicht lieber ein normales. Und dann kann jeder selber sich sein Ding draus machen. Warum gerade Manchester United? Sie haben jetzt ja eine Kooperation mit denen. Deswegen war das zu erwarten, dass da irgendwelche Sachen gemeinsam jetzt kommen. Aber nichtsdestotrotz, ja, macht das natürlich auch einen Haben-Wollen-Effekt für andere Stadien. Man muss natürlich auch sagen, sowas lohnt sich natürlich nur, wenn auch eine entsprechende Fanbase da ist. Und Manchester United ist sicherlich etwas, was weltweit einen guten Klang hat. Und auch gerade in dem boomenden Markt von Asien, da sehen wir den Bus gerade, wie er da abhebt, dann sicherlich auch seine Käufer finden wird. Und damit sich das dann lohnt. Ja, ich hätte natürlich gern das Stadion von Holstein-Kiel, aber das ist dann eben dann doch zu wenig an Leuten, die das wahrscheinlich haben wollen würden. Von Deutschland weiß man nicht. Also das Ding hat natürlich schon eine gewisse eigene Charakteristik. Das stelle ich mir dann eher so vor. Und hier sehen wir jetzt übrigens so ein bisschen mal Größenverhältnisse auch, wenn die beiden Herren da begeistert hineingucken. Naja, oder also mit offenem Mund da sozusagen quasi sich die einzelnen Ebenen da anschauen. Dann in Deutschland, ja, ich weiß nicht. Also wir haben natürlich viele relativ ähnliche Stadien, so die modernen, die dann irgendwie so als Arena jetzt ja irgendwie aufs platte Land gesetzt wurden. Vielleicht noch, ja, von Bayern München, Allianz Arena. Eher so spannend fände ich natürlich persönlich dann, was weiß ich, alte Försterei von Berlin. Aber, oder auch das Berliner, ja, okay, das Stadion hätte natürlich auch was. Könnte man gleich nicht nur als Fußballstadion dann haben. Also theoretisch könnte man sich natürlich überlegen, dass sie damit so ein Beginn wie bei den Jahrmarktgeschäften oder sowas machen und jedes Jahr ein neues Stadion rausbringen zu irgendeiner Mannschaft. Aber auch da befürchte ich, bis wir in Deutschland dran wären, das wäre ein bisschen hin. Da hätte ich, wahrscheinlich käme da erst mal spanische und, ja, wir haben jetzt schon englisch, italienische Stadien, bevor da irgendwas hier aus Deutschland dann käme. Aber, ja, ich glaube, also ich bin, wie gesagt, kein Manchester United-Fan. Trotzdem werde ich mir das Stadion, glaube ich, gleich am ersten Tag kaufen, weil ich das schon als per se sehr, sehr cool finde, ein solches Stadion zu haben. Und das macht dann auch Lust, vielleicht das Original nochmal zu erleben. Und vielleicht entdeckt man ja auch noch mehr Einzelheiten, wenn man es dann nachher baut. Das werde ich natürlich dann gerne hier auch zeigen. Ach, liebevoll hier. Aber natürlich klischee-mäßig nur Männer. Ich sage, na oder, gut, kann natürlich sein, meine Familie fällt da völlig aus dem Rahmen mit meiner Frau als Fußballfan. Ah, siehste. Ja, das ist so der Schrein für den echten Manchester United-Fan-Bild. Eigentlich eines der langweiligsten Bilder, die man da fast haben kann. Einen alten Fußball und dann noch ein paar Bücher dazu. Hm, ja, gut, warum nicht, ne? Also Lifestyle eben. So richtet sich dieses Modell sicherlich nicht eindeutweit an irgendwelche Kinder. Ah, oh, was. Das ist aber auch wirklich hier mit Trophäen da hinten noch. Also, als wenn es tatsächlich irgendwie bei einer Mannschaft selber da im Vereinsheim stehen würde. Vielleicht steht es da natürlich auch. Das Trikot hängt da noch. Oh nein, ist das schön. Er ist aber wirklich ein beinharter Fan, den sie da ausgegraben haben. Und natürlich, hey, das gute Teil ist auch nochmal wieder runtergefallen. Aber gut gefedert auf der Matte gelandet. Das, so soll es denn sein. Man könnte auch sagen, es wurde einfach dort drapiert und hingelegt. Und schon ist es wieder heil. So muss Lego sein. Genau. Einfach einmal kaputt und wieder heil und fertig. Auf dem guten Furniture hier. So. So, siehste. Mit diesen begeisterten beiden Herren, die sich einfach nicht satt sehen können an diesem Stadion, war es das dann auch für heute. Und ich bin gespannt auf eure Meinung. Was sagt ihr dazu? Euer Ding? Ist es so viel Geld wert? Ist es zu klein? Ist es nur was für echte United-Fans? Oder ist das eigentlich für jeden Fußballfan auch was? Schreibt es rein. Ich bin gespannt. Und wenn es ich dann, oder meine Frau wahrscheinlich im jeden Fall, fertig gebaut hat, werden wir uns dazu sicher nicht hier nochmal ausführlich überlegen. Bis bald. Und tschüss. Und tschüss.